Hallo ihr Lieben, eine weitere Folge von Pragmatismus als Anti-Autoritarismus. Wer es nicht weiß, ich kommentiere ein Buch, das jüngst rausgekommen ist, Postum, eines Philosophen, den man nicht kennen muss, er heißt Richard Rorty. Ich war mir kurz unschlüssig, ob ich weitermache, weil mich erkennbar vieles annervt und ich vieles andere sehe zentral. Natürlich wie immer, ich halte den Demokratiebegriff von Rorty für unterinformiert und deswegen nervt mich alles, was er über Demokratie sagt, weil er aus meiner Sicht von völlig falschen Voraussetzungen ausgeht. Aber gut, ich habe jetzt ein bisschen weitergelesen und es hat sich doch, ich habe ja gesagt, ich habe keine Pläne mehr, aber es hat sich doch ein Plan ergeben. Ich werde es hier weitermachen in dem Aufsatz, wo ich zuletzt aufgehört habe. Der Aufsatz oder Vortrag, den er an der Universität Girona gehalten hat, hat den Titel Gerechtigkeit als globale Loyalität. Da mache ich jetzt weiter und es gibt noch zwei weitere Vorträge in dem Buch, also insgesamt glaube ich neun oder zehn oder so. Ich schaue nochmal nach, also weiß nicht, ungefähr, grob überschlagen. Es gibt zwei weitere, die ich wahrscheinlich auch noch kommentieren werde, zumindest beim Reinlesen, habe ich ein paar interessante Sachen gefunden, wie ich für kommentierungswürdig halte, im Sinne von, es macht mir wahrscheinlich Freude. Ich bin ja ganz, wie soll man sagen, hedonistisch unterwegs bei meinen Videos, wer das nicht weiß. Ich mache einfach, was mir Spaß macht und was mir keinen Spaß macht, lasse ich bleiben. Weitere Bindungen habe ich nicht in diesen Videos. Ich habe keine Agenda oder keine Wirkungsabsicht. Ich mache einfach etwas, was mir Freude macht und würde immer raten, wenn es euch auch Freude macht, schaltet ein und wenn es euch keine Freude macht, macht das nicht. Es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, meine Videos zu gucken, das meine ich tatsächlich ernst. Also ich würde pure unmittelbare Freude oder pure unmittelbare Abscheu oder Langeweile oder angeekelt sein oder wütend werden als hinreichende Gründe sehen, hier reinzuklicken oder einfach wegzuklicken. Und wenn euch, wie gesagt, das einfach fühlbar eher schlecht tut, dann wäre mein Rat immer so, schaut euch doch was an, was euch besser tut. Ja, so. Es gibt keinen Grund, sich das anzutun aus irgendwelchen Pflichtüberlegungen. Und insofern passt das sehr gut, dass einer der Vorträge, die ich wahrscheinlich noch lesen werde, Ethik ohne allgemeine Pflichten heißt. Das ist der Titel von Rorty, den der gegeben hat. Und eine zweite, die ich wahrscheinlich noch lesen werde, einen zweiten Aufsatz, den ich auch noch lesen werde und kommentieren werde, hat den Titel Universalität und Wahrheit. Das sind so Rorty-Klassiker und ich habe erst gedacht, so, mäh, nicht wirklich was Neues, aber beim Reinlesen habe ich doch ein paar Sachen gesehen, die mir wahrscheinlich Freude machen beim Kommentieren. Deswegen sind das die Aufsätze, die ich jetzt so ein bisschen zumindest stort habe, also im Hinterkopf habe, dass ich sie vielleicht, wenn ich Bock habe, noch kommentieren werde. Wie gesagt, keine Garantie. Ich gehe absolut hedonistisch vor. Wenn es mir Freude macht, wenn ich Lust habe, dann mache ich es. Und das hängt aber eben auch nicht nur von Rorty ab, sondern es hängt zum Beispiel auch von meinem privaten Alltag ab. Wie viel Restenergie habe ich überhaupt? Zum Beispiel ist es ganz offen gesprochen so, dass ich oft in der Früh total energetisch bin und mir denke so, boah, das mache ich noch. Und dann komme ich abends nach Hause von der Arbeit und denke ich mir so, boah, habe ich wirklich noch Bock zu lesen und zu kommentieren? Nicht wirklich. Also das ist auch tagesformulabhängig. Und ich habe, wie gesagt, viele andere Verpflichtungen in meinem Leben, die dann halt einfach meine, weiß ich nicht, ob man das überhaupt so nennen soll, philosophische Ambitionen etwas dimmen, um es vorsichtig zu sagen. Also kurz gesagt, ich habe nicht immer die Energie oder die Muße, wie man mal ganz klassisch gesagt hat, mich wirklich noch viel mit so Kram zu beschäftigen, anders als eben vor vielen, vielen Jahren, wo ich nichts anderes tun durfte, aus purer Privilegiertheit, als mich Vollzeit mit Philosophie zu beschäftigen. Also in meinem Philosophiestudium, wohlgemerkt, habe ich nichts anderes gemacht und habe mir so ein paar Jahre rumgebracht in einer ganz merkwürdigen Form, die halt jetzt nicht mehr Teil meines Lebens ist und auch damit, hoffe ich, kriegt man mit, bin ich im Grunde im Frieden. Ich finde auch das völlig in Ordnung. So, ich mache jetzt weiter mit Rorty. Wir sind also in diesem Buch, das ich hier allgemein kommentiere in der Reihe, kann man wahrscheinlich nicht lesen. Richard Rorty, Pragmatismus als Anti-Autoritarismus, so heißt das Buch. Und wir sind im Vortrag Gerechtigkeit als globale Loyalität und wir sind auf Seite 314. Da mache ich jetzt weiter. Und was jetzt kommt, habe ich ja im letzten Video der Reihe schon stark kritisiert, dass das eine unhinterfragte Hypothese ist, die ich für objektiv falsch halte. Ich referiere sie jetzt trotzdem nochmal. Also diese grundfalsche, aber sehr weit verbreitete Ansicht über Demokratie. Ich möchte behaupten, dass es das exakte Gegenteil von dem, was Rorty behauptet, wahr ist. Also kurz gesagt, hier gehen unsere Demokratiebegriffe diametral auseinander, weil ich für den exakt gegenteiligen Satz für wahr halte, den jetzt Rorty an dieser Stelle einfach dreist behauptet. Aus meines Erachtens Unterinformiertheit über was ist eigentlich Demokratie und wie funktioniert sie. Rorty schreibt, fälschlicherweise, Betrachten wir nun die einleuchtende Hypothese, behauptet er, dass demokratische Institutionen und Freiheiten nur dann lebensfähig sind, wenn sie von einem wirtschaftlichen Wohlstand getragen werden und wie gesagt, nichts könnte falscher sein als gerade diese Annahme. Also von einem wirtschaftlichen Wohlstand getragen werden, der zwar regional, aber nicht global erreicht werden kann. Sofern, sagt er jetzt einschränken, diese Hypothese richtig ist, werden Demokratie und Freiheit keine radikale Globalisierung des Arbeitsmarktes überleben können. Also stehen die reichen Demokratien, also zum Beispiel die USA oder vielleicht auch Deutschland, vor der folgenden Entscheidung. Entweder sie erhalten ihre eigenen demokratischen Institutionen und Traditionen oder sie behandeln die dritte Welt gerecht. Also er macht hier eine, also man muss ihm das wirklich als intellektuelle Aufrichtigkeit anrechnen, finde ich, auch wenn er von falschen Voraussetzungen ausgeht und eben einen völlig falschen Demokratiebegriff hat, der alte, gute Richard Rorty, muss man ihm das zugutehalten, dass er sich diese Frage selber vorlegt. Weil es ist eine schmerzhafte Frage und er weicht ihr nicht aus. Und das ist also sehr ehrenwert, dass er sich das antwortet. Viele würden also diese Fragestellung, die aus falschen Voraussetzungen folgt, sich gar nicht erst vorlegen, sondern sie übertünchen und überdecken. Aber er sagt, es gibt ein Dilemma, ein echtes, tragisches Dilemma. Entweder globale Gerechtigkeit oder Demokratie. Lokale Demokratie. Beides gleichzeitig können wir nicht haben, wenn wir von bestimmten Grundannahmen ausgehen, die er selber für einleuchtend hält. Ich nicht. Ja, also deswegen habe ich dieses Dilemma nicht. Aber wenn man bestimmte Voraussetzungen macht, das ist sehr philosophisch. Also Philosophie ist sehr stark aus A folgt B. Und zwar zwingend. Also logische Konsequenzen. Das ist übrigens interessant, weil es gibt Menschen, die sind nicht so philosophisch geneigt. Die haben dieses aus A folgt B nicht. Also sind sprunghafter. Oder eher dazu etwas geneigt. Was ist das Köstler? Ich bin immer unsicher, wer es eigentlich geprägt hat. Bissoziation genannt wird. Ich kenne es kolportiert von der guten alten Vera F. Birkenbiel. Also kann man nachschauen. Wikipedia-Artikel, Bissoziation. Kurz gesagt, sprunghaft ist gezielt A-logisches Denken, das gezielt die Form, wer A sagt, muss auch B sagen, vermeidet. Aber so sind nicht Philosophen. Philosophen folgen der Logik von, wer A sagt, folgt auch B. Sagt also der unauflöselichen Konsequenzen. Wenn man das eine sich einkauft, dann hat man auch das andere. Und wenn man also aus dem Aussteigen will, muss man immer A kritisieren. Also wenn man B nicht haben will, muss man A kritisieren. Denn B folgt zwingend aus A. So gehen Philosophen vor. Aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass nicht jeder Mensch so denkt und nicht jeder Mensch so vorgeht. Ich bin zum Beispiel in meinem derzeitigen Alltag von lauter Menschen, die sehr unphilosophisch sind, umgeben. Und die gehen erkennbar nicht danach vor. Die kümmern sich zum Beispiel auch nicht darum, was sie gestern gesagt haben. Das ist ihnen egal. Das ist mehr so, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Was kümmern mich meine Entscheidungen von gestern? Also sehr viel sprunghafter und gar nicht so interessiert an überhaupt Kohärenz des eigenen Verhaltens. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass nicht alle Menschen gleich philosophisch sind. Und das halte ich auch für völlig in Ordnung. Es gibt einfach philosophischere Naturen, zu denen gehöre unter anderem wahrscheinlich ich. Und es gibt unphilosophischere Menschen. Und ich möchte bewusst keine Wertung vornehmen zwischen beiden Gruppen. Ich möchte nur sagen, es gibt beide und sie unterscheiden sich. und sie machen bestimmte Dinge anders. Und jo, damit müssen wir alle klarkommen. Das nur am Rande. So, zurück zu Rorty. Der dritten Welt gerechtfertigt, also er schreibt hier in Anführungszeichen immer dritten Welt, ja, so wohlgemerkt. Auch schon in dem Satz, den ich gerade vorhin gelesen habe. Der dritten Welt in Anführungszeichen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, würde voraussetzen, dass Kapital und Arbeitsplätze dorthin exportiert werden, bis alles nivelliert ist. Also absolute ökonomische Gleichheit. Ich weiß nicht, ob man versteht, warum ich da lachen muss. Also ich, Kurzversion, ich halte das für unerreichbar, strukturell, immer und überall. Also egal, was wir tun werden, es wird immer ökonomische, globale, gerastische Ungerechtigkeit geben, nur dass sie changieren wird. Es wird mal die eine Region reich sein und mal die andere. Ich halte das mitnichten für gegeben und auch noch nicht mal für stabilisierbar, dass zum Beispiel Europa oder Amerika oder China oder wer auch immer für alle Zeit eine reiche Region sein wird. Also egal, was wir tun werden, das wird nie ewig sein. Das war es nie in der Geschichte. Kein Reich, keine Ordnung hat sich je dauerhaft stabilisieren können und das halte ich für ein universelles, ewiges Phänomen. Also sozusagen, welche Region gerade ökonomisch oben auf ist, wird sich verändern. Ja. Wir werden mal oben und mal unten sein. Bereit, wenn wir in wir natürlich in Anführungszeichen, wenn wir im Kontinuum der Zeit denken, wenn wir überzeitliche soziale Entitäten denken, uns als sehr sterbliche Wesen wird das natürlich nichts kümmern. Ich meine, après nous la de l'ouge, la de l'ouge, ich weiß immer nicht. Also nach uns die Sintflut, wird man mir sehr angreifen, aber sagen wir so, schon was, was unseren Urenkeln zustehend wird, ist so weit weg gefühlt für ein menschliches Wesen, dass es für unser faktisches Verhalten kaum noch eine Rolle spielt. Vielleicht noch die Enkel, die man noch persönlich kennenlernen kann, aber schon bei den Urenkeln wird es problematisch. Da wird es mit diesem Wir, was sich gerade gebildet haben, sehr problematisch. Das heißt, also in einer nur gedachten, nur vorgestellten zeitlichen Entität von, weiß was ich, wir Deutschen oder wir Amerikaner oder wir Namibier oder wir Iraker oder wir Australier oder wir Kongolesen oder wir Kolumbianer oder was auch immer. Nur in einer solchen gedachten Entität kann man eben sagen, mal sind die einen oben, mal sind die anderen oben, mal sind die einen unten. Das ist also absolut erwartbar. Aber der Zustand, von dem Rorty hier spricht, dass es auf dem ganzen Planeten gleiche ökonomische Verhältnisse geben wird, halte ich aus ganz prinzipiellen, für die Menschen nicht veränderbaren Gründen eben nicht für veränderbar. Das wird immer so sein. Wir werden immer ökonomische Ungleichheit haben und zwar ganz drastische. Das ist nicht gut für uns. Ich halte das nicht für wünschenswert. Also ich sage das nicht, weil ich das gut finde, sondern ich sage es, weil ich eine naturale Gegebenheit akzeptiere, die aber scheiße ist. Es gibt halt auch Dinge, die sind scheiße und sind trotzdem nicht veränderbar. Und dazu gehört, es wird auf ewig ökonomisch ungleich oder wenn man einen Begriff verwenden will, ökonomisch ungerecht zugehen, dass ich vom Begriff der Gerechtigkeit rein gar nichts halte, dass ich ihn für einen hoch unproduktiven, hoch nutzlosen Begriff halte, habe ich ja an anderer Stelle schon gesagt. Das heißt nicht, dass ich die Zustände gut finde, aber ich würde sie mit anderen Worten beschreiben und das ist auch wieder sehr rottianisch. Lasst uns andere Kategorien verwenden, die besser geeignet sind, um Probleme zu erfassen und dann zu guten Lösungen zu kommen, weil wir das eben sozusagen in unseren Begriffen, in unserem Denken, je nachdem wie wir Situationen auffassen, eben vorbereiten. Aber man sollte eben auch die Rolle von Sprache und Kategorien nicht überbewerten, weil eben andere Dinge auch sehr wichtig sind, die außersprachlich sind und eine oft größere Rolle spielen als die Sprache selbst oder unsere Kategorien. Wie gesagt, ich bin ein Vertreter nicht von das Bewusstsein, bestimmt das Sein, sondern sehr viel mehr von das Sein, bestimmt das Bewusstsein. Bewusstsein, ohne irgendwie auch nur ansatzweise Sympathien für Marx zu haben übrigens. Ich bin eher fast ein fast konservativer Hegelianer, muss man sagen, an dieser Stelle. So, also im Streit zwischen Marx und Hegel optiere ich jederzeit für Hegel und gegen Marx. Das nur am Rande. Ich bin also ein bürgerlicher Denker, auch wenn man das nicht glaubt, wie ich hier da sitze in meinem Hoodie und meinem krassen, vielfältigen Migrationshintergrund und einigen Ansichten, die wahrscheinlich manche für extrem linksradikal halten werden. Und trotzdem habe ich für Marx nicht das Geringste übrig, aus ganz bestimmten Gründen nicht. So. Ja, es gibt eben auch eine, wenn man das überhaupt so einordnen will, eine extrem antimarxistische Linke. Und wenn es die hier gibt, dann bin ich die. Aber wie gesagt, auch von der Dichotomie links und rechts halte ich nichts. Weil die sich halt im Zuge der französischen Revolution rausgebildet hat, also als sich die Assemblée national gebildet hat und das war eine schwere Fehlentwicklung. Also auch überhaupt, dass sich die Unterscheidung in linke und rechte Parteien rausgebildet hat, halte ich für eine historische, drastische Fehlentwicklung. In einer idealen Welt, die es nicht gibt, wäre das nie passiert. Also, dass wir a, anfangen Politik über Parteien zu machen und dass sich ein Links-Rechts-Gegensatz überhaupt rausgebildet hat. Das ist eine schwere Fehlentwicklung, die die Griechen zum Beispiel bewusst vermieden haben. Die Griechen haben nicht Demokratie oder Politik über politische Parteien gemacht. Das muss einem klar sein. Nicht in ihren helleren oder klügeren oder glücklicheren Phasen. Parteien sind ein riesiges Problem. Und wie gesagt, es gab eine Phase in der Antike, die Griechen das verstanden und haben Antworten darauf gefunden. Die Neuzeit macht immer noch völlig naiv Politik über Parteien in völliger Verkennung dessen, was sie sich damit selber antut, also was wir uns selber damit antun und was für fatale Dynamiken wir dadurch freisetzen, dass wir versuchen, Politik über Parteien zu spielen. Aber das alles nur am Rande. So. Zurück zum Text. So. Bis alles nivelliert ist, also wie gesagt, sehr ehrenwert, dass Rorty ausgehend von falschen Voraussetzungen sich dieses dann auftretende Dilemma überhaupt eingesteht und sich ihm zuwendet und versucht dann Lösungen auf ein überflüssiges Problem zu finden. Aber es ist trotzdem intellektuell redlich. Also. Also bis der Tageslohn für ehrliche Arbeit auf dem Bau oder am Computer in Cincinnati oder Paris nicht höher ist als in einer Kleinstadt in Botswana, sagt er hier. Doch dann, so kann man plausibel weiter argumentieren, wird kein Geld mehr da sein, um öffentliche Bibliotheken, konkurrierende Zeitungen und Fernsehanstalten, allgemein zugängliche geisteswissenschaftliche Bildung und all die anderen Einrichtungen zu subventionieren, die nötig sind, um eine aufgeklärte öffentliche Meinung herzustellen und so dafür zu sorgen, dass unsere Regierungen mehr oder weniger demokratisch bleiben. Und hier sieht man also die drastische Konsequenz, die Rorty hat. Er muss all diese Dinge, die er gerade genannt haben, für entscheidend wichtig für Demokratie halten. Und nochmal, ich kann es nur in aller Klarheit sagen, das sind sie nicht. Das folgt alles aus einem groben Missverständnis von Demokratie. Also wenn man natürlich glaubt, dass Demokratie das ist, was Rorty glaubt, was Demokratie ist, dann ist das alles wahnsinnig wichtig und dann ist es natürlich sehr schlimm, wenn all diese Dinge, ich zähle nochmal auf, öffentliche Bibliotheken, konkurrierende Zeitungen und Fernsehanstalten, allgemein zugängliche geisteswissenschaftliche Bildung nicht mehr aufrechterhalten werden können, nicht mehr subventioniert werden können von der Allgemeinheit staatlicherseits, dann ist das alles natürlich wirklich sehr schlimm vor dem Hintergrund der Voraussetzungen, die Rorty macht. Wenn man aber, wie ich glaubt, dass Demokratie in einer allgemeinen, durch das Losverfahren gestifteten, unmittelbaren Beteiligungspraxis besteht, die ganz bewusst und vorsätzlich nicht über Öffentlichkeit gespielt wird, ganz bewusst nicht über Medien und Virtualität vermittelt ist, dann ist das nicht so problematisch beziehungsweise überhaupt nicht problematisch. Dann ist sozusagen eine Demokratie nicht nur vorstellbar, sondern sozusagen völlig resilient dagegen, ob es zum Beispiel sowas gibt wie öffentlich subventionierte Bibliotheken oder eine Medienlandschaft, die sozusagen noch hinreichend divers ist und eben auch staatlich subventioniert ist oder ob es zum Beispiel gut ausgestattete geisteswissenschaftliche Fakultäten gibt oder nicht und das sage ich als jemand, der ungefähr wie viele geisteswissenschaftliche Fächer studiert hat, ich glaube so, also mit gewissen Ernsthaftigkeit wahrscheinlich so zwölf. Wenn man noch die Nicht-Ernsthaften, die ich nicht ernsthaft studiert habe, wo ich mal ein Semester oder zwei Semester oder drei Seminare oder so nur besucht habe, dann waren es noch deutlich mehr. Also hier sitzt ein Hardcore-Geisteswissenschaftler, wer es nicht weiß, ja, also der auch das geisteswissenschaftliche Studium extrem ernst genommen hat, ich würde auch behaupten, wahrscheinlich gehöre ich zu den ernsthaftesten fünf Prozent, wenn nicht zu den ernsthaftesten ein Prozent, also rein von wie viel Zeit habe ich reingebuttert in einer bestimmten Lebensphase, in meinen komischen geisteswissenschaftlichen Tätigkeiten, ja, also nur, nur, dass man das hört, das muss natürlich nichts heißen, aber ich spreche hier als Betroffener und trotzdem bin ich der Meinung, dass es keinerlei Bedeutung für Demokratie hat, ob die geisteswissenschaftlichen Fakultäten gut oder schlecht vom Staat ausgestattet sind. Demokratie, wenn wir sie richtig machen, ist völlig, wie soll man sagen, neutral gegenüber dem Phänomen der Gut oder Schlecht ist. Man kann trotzdem andere Gute finden, warum das eine gute Idee ist, geisteswissenschaftliche Fakultäten gut auszustatten finanziell, aber der Grund, dass Demokratie nur so stabilisierbar sei, gehört nicht dazu. Und wer das glaubt, versteht nicht, was Demokratie ist und wie Demokratie funktioniert und Demokratie von so etwas wie Öffentlichkeit vollkommen unabhängig ist. Das ist auch der große Vorteil. Demokratie ist, wenn wir sie richtig bauen, extrem resilient gegenüber bestimmten anderen Phänomenen, weil sie auf Unmittelbarkeit setzt, auf unmittelbare allgemeine Beteiligung aller Bürgerinnen, auf unmittelbare aktive Beteiligung aller Bürgerinnen, wie man an der griechischen Antike, die die Demokratie Gott verdammt noch mal erfunden hat, lernen könnte. Und ich kann es nur immer wieder sagen, Leute, die sich damit lange und intensiv befasst haben, und zwar aus einer relativ, ich würde sagen, unideologischen Haltung heraus, also anders als ich, ich bin Ideologe, ganz klar, ganz offener Ideologe, aber Leute, die also eher nüchtern wissenschaftlich rangegangen sind und sich also das nochmal angeguckt haben, was haben die ollen Griechen da gemacht, als sie Demokratie gemacht haben? Und die dann das vergleichen mit dem, was wir heute machen und Demokratie nennen, kommen zum Schluss, dass es ziemlich absurd ist, dass wir beiden Systemen den gleichen Namen geben. Das wird dann zum Streit um Namen, das ändert aber nichts an der Sache. Du kannst also auch die beiden Dinge so und so nennen, Humfti-Bumpf und Bampfti-Bampf, ja, kannst künstliche Bezeichnungen finden oder du nennst das eine eben aleatorische Demokratie und das andere elektorale Demokratie oder du nennst das eine Isonomie und das andere Demokratie, also du kannst das nennen, wie du willst, an der Sache ändert sich nichts. Ja, das, was wir machen und was die alten Griechen, die die Demokratie erfunden haben, gemacht haben, sind so grundverschiedene Dinge, dass es naheliegend ist, die Dinge mit verschiedenen Begriffen zu bezeichnen, ganz nüchtern. Und dann ist die Folgefrage leicht erstellbar, was welche der beiden Praktiken denn für uns heute wohltuender ist. Und da komme ich zum Schluss ganz nüchtern, dass das, was die Griechen gemacht haben, nämlich zu losen ganz zu bewusst, die auch für uns deutlich wohltuendere Praxis wäre. Und das, was wir machen derzeit, dass wir versuchen, Politik über Öffentlichkeit zu spielen und über Parteien, eine Sache ist, die den Tatbestand der fortgesetzten kollektiven Selbstschädigung, aka Verrücktheit erfüllt. Wir sind eine verrückte Gesellschaft, weil unsere Institutionen selbstschädigend sind. Wir schießen uns beständig selber ins Knie durch die Art und Weise, wie wir Politik zu machen versuchen. Und das ist kein Vorwurf an irgendjemandem bestimmten, den man hoffentlich wieder richtig hört, das ist ein Vorwurf an uns alle. Ich halte uns alle gemeinschaftlich für verantwortlich für unsere eigene Verfassung. Für die Grundformen, in denen wir zusammenleben, sind wir alle gemeinschaftlich verantwortlich, nach meiner Sichtweise. Also sind wir alle schuld. Und naja, das ist ein Problem, dass wir uns selber schaden, durch die Art, wie wir eben nicht, muss man letztlich sagen, nicht zusammenkommen. Und wir könnten zusammenkommen, aber das können wir halt nur, wenn wir losen. Und das hat, würdigt Rorty mit keinem Wort, er versteht nicht den Unterschied, den das machen würde. Er kommt gar nicht auf die Idee, dass das eine Möglichkeit wäre, weil er sich halt aus meiner Sicht nie intensiv genug mit der antiken Demokratie befasst hat und mit ihren zentralen entscheidenden Unterschieden zu dem, was wir heute aus meiner Sicht irrtümlich Demokratie nennen. So, da kommen wir nicht zusammen. So, zurück zu Rorty, nichtsdestoweniger. Also, das ist für mich, also, nur, dass ich es nochmal gesagt habe, eine sehr wichtige Stelle, wo man merkt, wie aus falschen Voraussetzungen dann drastisch falsche Konsequenzen folgen. Nämlich die irrtümliche Annahme, dass geisteswissenschaftliche Bildung, konkurrierende Zeitungen, Fernsehanstalten, öffentliche Bibliotheken und die staatliche Subventionierung des Ganzen für Demokratie entscheidend wichtig ist und das ist es faktisch nicht. Für Demokratie entscheidend wichtig ist, dass die Bürger tatsächlich zusammenkommen und zwar alle gleich viel, alle unmittelbar und so, dass es zu einer realen Gleichverteilung der Macht zwischen allen Menschen kommt. Ja, allen erwachsenen Menschen ab einem bestimmten Alter, das wir willkürlich festlegen, von mir aus gerne ab 10, ab 12, ab 14, wenn wir konservativer sind, ab 16 oder 18. Aber es gibt so ein Alter, magische Grenze, ob da bist du eine Bürgerin, ein Bürger und bestimmst gleichrangig mit allen anderen deinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit, wie die Geschicke der Gesellschaft sind. Das ist Demokratie und nichts anderes und das ist halt nur durchs Losverfahren herstellbar, durch kein anderes Verfahren, schon gar nicht durch Teilnahme an Öffentlichkeit. Also, Entschuldigung, mit aller Nüchternkeit, egal wie wir Öffentlichkeit bauen, niemals, nie im Leben, unmöglich, nicht machbar, können durch Öffentlichkeit alle Menschen gleich einflussreich werden. Bestimmte Menschen nehmen zum Beispiel an der Öffentlichkeit gar nicht teil. Das ist eine Menge Menschen, mehrere Millionen in Deutschland. Auf die Welt gerechnet mehrere Milliarden tauchen gar nicht auf als aktive Teilgeber. Und selbst unter denen, die aktiv sich beteiligen, ist die Teilnahme hoch asymmetrisch vom Einfluss her. Es gibt Influencer und es gibt Leute, die haben 10 Follower. Und das soll Demokratie sein, ist das euer Ernst? Das ist nicht gleicher Einfluss. Und Öffentlichkeit ist unheilbar. Das ist kein Vorwurf von mir gegen Öffentlichkeit. Ich nehme das ganz nüchtern. Öffentlichkeit ist, wie sie ist, sie ist für verschiedene Dinge echt gut. Super. Öffentlichkeit ist eine super Sache. Halt nur nicht für Politik und nur nicht für Demokratie. Sie ist für andere Dinge, viele Privataktivitäten, hochgradig geeignet. Man kann im Internet Leute kennenlernen, die würde man sonst nie kennenlernen. Aber das ist alles privat. Das Internet ist die privateste Sozialform, die überhaupt denkbar ist. Ich kann mich nur wiederholen. Politisch ist daran nichts. Politik ist in der Öffentlichkeit denkbar schlecht aufgehoben. Politik ist im Internet denkbar schlecht aufgehoben. Und zwar aus systematischen technischen Gründen, die nicht veränderbar sind für uns Menschen. Du kannst am Internet noch so viel rumschrauben. Es wird nie ein demokratisches Forum werden können. Und das könnten wir einfach nüchtern anerkennen. Was soll der Scheiß? Was soll der Terz? Das ist pure Nüchternkeit bei mir. Eine Anerkennung von Tatsachen. Die aber wir heute illusionär ausbilden, als wäre das veränderbar und als wäre das nicht so. Wie gesagt, Öffentlichkeit ist macht asymmetrisch durch und durch und durch. Wie können wir das, wenn wir wirklich Demokraten sind, dann ignorieren? Wenn wir uns wirklich wünschen, dass alle Menschen gleich viel Einfluss auf die Gesellschaft haben, und zwar in der Realität, nicht in schönen Worten, ganz faktisch, wie können wir da ernsthaft Politik über Öffentlichkeit spielen wollen? Also da muss man echt fragen, geht's noch? Oder man muss fragen, ganz ehrlich, wenn du das willst, bist du sicher, dass du ein Demokrat bist oder eine Demokratin bist? Weil die Form, Politik über Öffentlichkeit zu spielen, kann nicht dazu führen. Das müsste dir doch auch klar sein, oder? Also so mein Unverständnis an dieser Stelle. Ja, so. Also wirklich, how dare you? Wie kann man nur Demokrat sein und glauben, dass Öffentlichkeit wichtig ist? Das ist für mich nicht mehr nachvollziehbar, beziehungsweise ich habe das Gefühl, die Leute haben keine zwei Sekunden über Machtstrukturen nachgedacht. Rorty denkt erstaunlich wenig über Machtstrukturen nach. Über Machtungleichverteilung, wie sie zustande kommt. Das wäre eigentlich für jemand, der also über Politik nachdenkt, über Demokratie nachdenkt, eigentlich das Erste, ist aber ein beständiges Versäumnis in seinem Denken. Das ist so magische Sprachmagie am Werk, die ist ihm wichtig. Machtstrukturen werden einfach ausgeblendet. Okay. Politisch ist an diesem Denken relativ wenig aus meiner Sicht. Das ist ja ein linguistisches Denken, das ist okay, nur halt politisch völlig irrelevant aus meiner Sicht. So, ja, ist nett, aber halt hat keine politische Bedeutung. Ist auch politisch nicht produktiv, ist reformerisch nicht produktiv, ist verfassungsbautechnisch nicht produktiv. Ja, im Sinne von, es hilft uns bessere Verfassungen zu bauen. Nichts an Rortys Denken ist da irgendwie hilfreich, würde ich behaupten wollen. Aber gut, machen wir weiter. Es ist für mich produktiv in der Absetzung, in der Abgrenzung. Ich lese das hier, weil ich im Widerspruch gegen das, was Rorty sagt, sehr gut klar machen kann, was ich für wichtig und richtig halte. Und das ist natürlich nur beim persönliches Geschmacksurteil, also von einem Menschen, der aus gutem Grund keinerlei Autorität hat. Ich rede hier nur für mich, ja, nicht im Namen von irgendwas. Ich kann nichts beantworten. Ich kann nur sagen, ich meine persönliche, private Einschätzung, die private, persönliche Einschätzung eines wilden, dahergelaufenen Menschleins, das nicht wichtiger ist, als die anderen acht Milliarden Menschlein auf dem Planeten und das ist auch gut so. Ich finde mich in einer, in einem acht Milliardenstel Wichtigkeit perfekt wieder. Ich möchte nicht unwichtiger sein als ein acht Milliardenstel, aber ich möchte auch nicht wichtiger sein als ein acht Milliardenstel. Und das halte ich für die grunddemokratische Haltung. Jo, und insofern spreche ich für mich hier rein als Privatperson, die halt merkwürdige Ansichten äußert und Teil dieser merkwürdigen Ansichten ist, dass ich Rorty für politisch völlig irrelevant und unproduktiv halte, aber im Widerspruch zu Rorty kann man doch ein paar Dinge sagen, die vielleicht hilfreich sind. Zurück zu Rorty. Welches Handeln der reichen Demokratien in seinem persönlichen Kunstproblem, Pseudoproblem natürlich, das er sich aber intellektuell redlicherweise vorsetzt? Welches Handeln der reichen Demokratien wäre unter dieser Hypothese richtig? Sollen sie sich selbst gegenüber oder unter und untereinander loyal verhalten? Sollen sie freie Gesellschaften für ein Drittel der Menschheit aufrechterhalten und die übrigen zwei Drittel dafür bezahlen lassen? Also ein ganz klarer Trade-off. Ganz, ganz sauber intellektuell, völlig sauber gedacht, philosophisch völlig astrein, was er hier tut, aber eben trotzdem von falschen Voraussetzungen ausgehend. Oder sollen sie die Segnungen der politischen Freiheit um der egalitären ökonomischen Gerechtigkeit willen aufopfern? Diese Frage setzt er sich hier vor. Und jetzt ist es interessant, wie er mit diesen sich selbst erzeugt habenden Problemen umgeht. Er fährt vor auf Seite 315 unten. Diese Fragen entsprechen denen, die sich den Eltern einer großen Familie nach einem Atomkrieg stellen. Sollen sie die im Keller gebunkerten Lebensmittelvorräte mit ihren Nachbarn teilen, obwohl diese Vorräte dann nur für ein oder zwei Tage reichen werden? Oder sollen sie sich mit Schusswaffen gegen die Nachbarn zur Wehr setzen? Ja, so ein klassisches Prepper-Problem. Beide moralischen Dilemmata werfen dieselbe Frage auf. Sollen wir, also er kennt eine allgemeine Struktur, die eben sich auch hier nur wiederfindet, die aber allgemeiner ist. Und die allgemeine Struktur, die allgemeinere Frage ist, sollen wir den Kreis um der Loyalität willen enger schließen? Oder sollen wir ihn um der Gerechtigkeit willen erweitern? Und jetzt transformiert er diese Frage. Ja, die Frage, das hat er ja am Anfang, im letzten Video wurde das rausgearbeitet, klargestellt, dass er die Frage, das Dilemma Loyalität versus Gerechtigkeit auflösen will zugunsten einer anderen Dichotomie. Das heißt, er möchte die Frage transformieren. Weil er sie, Rorty wohlgemerkt, produktiver für produktiver hält die Frage selber, wenn man sie anders stellt und nicht sozusagen in einer Dichotomie von Loyalität versus Gerechtigkeit aufmacht. Und wie er sich das vorstellt, das kommt jetzt. Ich habe keine Ahnung, sagt er jetzt, welches die richtige Antwort auf diese Frage ist und weiß weder, wie diese Eltern, also nach dem Atomkrieg, handeln sollen, noch wie die erste Welt sich verhalten soll. Er sagt also, darum geht es mir nicht. Mir geht es nicht um die Antwort auf die Frage. Das ist sehr philosophisch. Mir geht es um die Frage selbst. Oder können also Nichtphilosophen fragen, what's the use? Ja, also, ist ja nett. Wir hätten aber gerne Antwort auf die Frage. Wir hätten nicht die Transformation der Frage, wir hätten gerne Antwort auf die Frage. Aber Philosophen gehen in der Regel anders vor und in dem Punkt ist Rorty sehr, sehr, sehr philosoph. Und jetzt so, jetzt kommt eben, was Rorty tut. Ich habe diese Fragen bloß, schreibt er deshalb, aufgeworfen, um eine abstraktere und rein philosophische Frage in den Blick zu bekommen. Und die Frage lautet, sollten wir diese moralischen Dilemmata als Konflikte zwischen Loyalität und Gerechtigkeit beschrieben werden? Oder, wie ich angedeutet habe, als Konflikte zwischen den Loyalitätsbeziehungen zu kleineren Gruppen und den Loyalitätsbeziehungen zu größeren Gruppen? Und jetzt hat er, dadurch, dass er jetzt sagt, ich will die Frage anders stellen, sich selber aufgebürdet, dass er rechtfertigen muss, warum, von seinen pragmatistischen Voraussetzungen her, warum es produktiver ist, die Frage so aufzufassen, anstatt sie traditionell aufzufassen. Also traditionell, sagt Rorty, ist die Auffassung Loyalität versus Gerechtigkeit, Bindung an meine kleine Familie versus allgemeine Prinzipien, so wie das vielleicht Platon gemacht hätte oder Kant gemacht hätte. Rorty möchte sagen, es geht um ein Dilemma nicht zwischen Gerechtigkeit und Loyalität, sondern zwischen unterschiedlichen Loyalitäten und jetzt muss er uns zeigen, warum es uns mehr hilft, mit diesen Problemen umzugehen, wenn wir es so machen, wie er es vorschlägt. Das ist also sozusagen in seinen pragmatistischen Voraussetzungen nur konsequent und in sich stimmig oder wie er sagen würde, kohärent. So, jetzt geht er wie folgt vor. Also man muss schon wirklich, glaube ich, eine gewisse philosophische Neigung haben, um das als lustvoll zu empfinden, denke ich, aber für Philosophen kann das hoch lustvoll sein, auch nicht für alle. Es gibt auch viele Philosophen, die Rorty extrem nervt und die Rorty für einen Philosophen minderer Güte halten oder nicht mal für einen Philosophen. Also es sind in der Regel Leute, die Philosophie und Philosophen für einen Ehrentitel halten. Ich tue das ja nicht. Ich hatte Philosoph eher für ein Schimpfwort als einen Ehrentitel, aber das nur am Rande. Obwohl es mich selber trifft, wohlgemerkt. Also wenn ich sage, ich bin ein Philosoph, dann halte ich das für eine reine Selbstbeschimpfung oder eher die Anerkennung einer nicht heilbaren Wunde bei mir selber oder eines Traumas bei mir selber, das in diesem Leben nicht mehr weggehen wird, aber ich kann es nicht ändern. Ich bin halt philosophisch veranlagt und lebe damit, aber ich halte das nicht für einen Grund irgendwie so besonders, nach der Wiese, du bist Philosoph, bist besonders toll, halte ich für völlig albern beziehungsweise wiederum halte ich für unterinformiert. Leute, die sowas denken, haben sich nie intensiver mit Philosophie beschäftigt. Ich habe sogar sehr intensiv und komme zu dem Schluss, dass Philosoph eher ein Schimpfwort sein sollte als ein Ehrentitel. Also meine Haltung ist, die Verurteilung des Sokrates, der behauptet, er hätte die Speisung im Prüterneon verdient, die höchste Ehrung, die die Polis Athen zu vergeben hatte, des demokratischen Athens, ist völlig verfehlt, sondern das Urteil gegen Sokrates, dass er zum Tode verurteilt wurde, war voll okay. Man hat ihm ja eine Fluchtmöglichkeit gelassen. Wenn man der Darstellung Platons im Phaidon glauben will, hat man ihm die Tür offen gelassen und Sokrates war so sehr Prinzipienreiter, dass er lieber den Schirlingsbecher getrunken hat und als Prinzipienreiter rechthabend gestorben ist, anstatt das Leben zu wählen. So sind Philosophen spätestens seit Sokrates und das halte ich für nichts Gutes. Also ich halte das Urteil gegen Sokrates, anders als Platon, nicht für ein Fehlurteil der attischen Demokratie, sondern für sehr wohl gerechtfertigt. Das ist meine ehrliche, ernste Meinung. Ich halte Philosophen für hochproblematisch, vor allem wenn sie nach Macht streben und das hat Sokrates ganz eindeutig getan. Also sozusagen, dass das demokratische Athen große Probleme mit Sokrates und seinen Aktivitäten halte, halte ich für realistisch. Das ist meine ehrliche Meinung. Und das sage ich als sehr philosophisch geneigter Mensch, als ein Mensch, der Philosophie studiert hat und da sogar einen nicht ganz schlechten Abschluss hatte in dem Fach. Bei sehr ambitionierten Lehrern wohlgemerkt. Also ich habe mir die strengsten Lehrer gesucht, die ich finden konnte. Ich war extrem elitär in meinem Philosophie-Studium, muss ich dazu sagen. Ich habe auch viele Professoren gehabt, die also guten Ruf haben, die mir aber zu schlecht waren. In meiner ganz persönlichen Wahnsinn, in meiner ganz persönlichen Auberanz. Ich halte die viele Leute, die also auch C4-Professuren haben oder Lehrstühle haben für Schmalspurdenker. Ja, also die keine zwei Sekunden Aufmerksamkeit wert sind, wenn man das halt so ein bisschen prüft, was ist dahinter, was ist da dran, haben die Leute echt Ahnung oder haben sie halt nur einen Lehrstuhl sich ergattert über politische Aktivitäten. Das gibt es halt, wie ich erleben durfte. Nicht jeder, der einen Lehrstuhl hat, hat ihn auch verdient. Aber das ist alles nur am Rande. So, zurück zum Text von Rorty. Oder auch wirklich, das hört man richtig, ich sage das ohne Hader, das ist der Lauf der Welt. Das ist okay. Völlig okay, dass es so ist. Also, Rorty folgt jetzt aus seinen Voraussetzungen völlig kohärent, völlig stimmig. Das läuft auf die folgende Fragestellung hinaus. Wäre es eine gute Idee, das Wort Gerechtigkeit als Bezeichnung für die Loyalität gegenüber einer bestimmten, sehr großen Gruppe zu verwenden. Also nicht als Name für etwas von der Loyalität Verschiedenes, sondern als Bezeichnung für unsere derzeit umfassendste Loyalität, was auch immer sie sein mag. Er lässt das hier offen, das lässt er zum Beispiel, er sagt, das macht er bewusst, das macht er ja auch deutlich, er denkt sich zum Beispiel auch Loyalität mit Tieren wäre denkbar. Oder Loyalität mit Pflanzen, zum Beispiel Bäumen wäre denkbar. Also er möchte einen Loyalitätsbegriff, der sozusagen von seiner Grundform her noch nicht mal auf die Spezies Mensch begrenzt ist. Und er möchte sagen, wenn er hier sagt, wäre es eine gute Idee, dann muss man ihn natürlich fragen, hinsichtlich was gut, hinsichtlich wem gut, was ist hier das Kriterium für Güte, um diese Frage, die er hier stellt, überhaupt entscheiden zu können. So. Ginge es an, den Begriff Gerechtigkeit fährt er jetzt fort, durch den Begriff der Loyalität gegenüber dieser Gruppe zu ersetzen, also der größtmöglichsten Gruppe, der umfassendsten Loyalität, die gerade denkbar oder praktisch möglich ist, womit beispielsweise die Mitbürgerinnen und Mitbürger die menschliche Gattung oder alle Lebewesen gemeint wären. Ginge doch diese Ersetzung etwas verloren. Meine Frage wäre eigentlich eine andere, wird doch diese Ersetzung etwas gewonnen? Also das ist sehr interessant, dass Rotti hier das Verlieren in den Vordergrund stellt. Also erstmal die Rechtfertigung, das ist eine sehr defensive Vorgehensweise, ihr könnt ja auch offensiv vorgehen und sagen, wir gewinnen durch diese Ersetzung so viel, dass wir über die Verluste gar nicht groß reden müssen. Ja, es gibt Verluste, wenn wir also Gerechtigkeit, den Begriff der Gerechtigkeit durch umfassendste Loyalität ersetzen, da geht was verloren, aber die Vorteile der Ersetzung überwiegen und die Vorteile sind A, B, C, D, E, F, G. Ja, so. So könnte ja auch vorgehen, aber das macht er nicht. Stattdessen wählt er die kommunikative Strategie, dass er sich rechtfertigen möchte vor den Verlusten und sagen will, die Verluste sind gar nicht so groß oder nicht vorhanden. Das ist, sag ich mal, kommunikativ-strategisch interessant oder es ist philosophisch interessant, warum er das hier tut, weil er eine andere Vorgehensweise denkbar wäre oder vielleicht sogar naheliegender wäre. Und dann könnte man Rorty, wenn er noch leben würde, fragen, warum machst du das? Warum machst du das an dieser Stelle, dass du den Satz setzt, ging dir durch diese Ersetzung etwas verloren oder statt dem Satz, was wird durch diese Ersetzung gewonnen? Ja, ich weiß nicht, ob das so nachvollziehbar ist, aber ich zumindest stelle mir diese Frage an dieser Stelle. So, jetzt geht es wie folgt in diesem Text weiter und das wird also noch sehr lustig, gerade für Leute, die also sehr viel Philosophie im Kreuz haben, also die lang und breit sich mit Ethik und Moralphilosophie befasst haben, finden das wahrscheinlich jetzt im Folgenden interessant oder sogar genau deswegen, weil sie es gemacht haben, sehr ärgerlich. Also jetzt kommt sehr viel Kant, sehr viel Rawls, sehr viel Habermas auf noch ungefähr 20 Seiten. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, ich habe vollstes Verständnis. Also sich diesen Quark nicht reinzuziehen, ich werde ihn machen, aber ich werde es machen aus persönlicher Verwundetheit, weil ich halt, wie eben Wittgenstein schon sehr schön sagt, mir den philosophischen Virus eingehandelt habe, eingefangen habe und daran chronisch erkrankt bin. Deswegen mache ich das aus keinem anderen Grund. Wenn ihr also noch gesund seid und nicht philosophisch angekränkelt seid, wenn ihr jetzt abschaltet, vollstes Verständnis. Auch wenn ihr schon früher abgeschaltet habt und das nicht mehr hört, auch vollstes Verständnis. Ich finde, es gibt keinen Grund, sich diesen Quark, der jetzt kommt, reinzuziehen, aber ich werde es dennoch tun. So, also, Roddy fährt fort. Einen Absatz mache ich noch in diesem Video, dann wird es auch mir zu lang, zumindest für heute. Moralphilosophen, die Kant die Treue halten, werden wahrscheinlich glauben, dass eine Menge verloren ginge durch die Ersetzung der Gerechtigkeit durch den Begriff umfassendste Loyalität. Von Kantianern wird typischerweise behauptet, Gerechtigkeit entspringe der Vernunft und Loyalität dem Gefühl. Also, die operieren mit der Opposition, mit der klassisch platonischen Opposition Vernunft versus Gefühl und an dieser Stelle eine kleine Wollte gegen Kant, wie ich ihn sehe, da werden alle, die sehr viel Zeit in Kant investiert haben, jetzt aufschreien, aber so sehe ich es trotzdem. Kant ist kein besonders origineller Philosoph. Entschuldigung. Kant ist Platon im modernen Gewand, da kommt nicht viel hinzu. Es gibt sehr origineller Denker in der Neuzeit der Moderne, aber Kant ist keiner von ihnen. Es gibt echte Innovatoren im Denken, aber Kant ist keiner davon. Kant ist sturzkonservativ und nicht sonderlich innovativ gewesen. Das mag man anders sehen, aber ich sehe es so. Ich halte also Kant nicht für einen Philosophen, der sehr viel Aufmerksamkeit verdient hat. Ich glaube, auch in ein paar Jahrhunderten wird Kant nicht mehr sehr viel gelesen werden, aber andere Autoren, die zeitgleich waren oder später waren, werden sehr viel interessanter erscheinen aus dem Blick der Zukunft. Das wünsche ich zumindest der Zukunft, weil das würde bedeuten, dass die Gesellschaft es geschafft hat, sich weiterzuentwickeln. Eine Gesellschaft, die auch noch in ein paar Jahrhunderten Kant für einen wichtigen Autor hält, wäre eine Gesellschaft, die es nicht geschafft hat, sich groß zu verändern. Und das wäre nicht gut. Also wie gesagt, hier mein persönlicher Wollte, Kant ist Platon im modernen Gewand. Wenn man, also, Platon sehr viel gelesen hat, kann man sich Kant im Grunde schenken. Ernsthafte Meinung von mir. Anders als zum Beispiel Hegel. Hegel lohnt sich. Kant nicht. Aber wie gesagt, das ist mein persönliches Geschmacksurteil. Wenn ihr das anders seht, go ahead. Ihr könnt euer Leben einem Kant-Studium widmen. Das ist euer Leben. Euer Privatvergnügen, so wie das mal hier mein Privatvergnügen und meine höchstprivate Entscheidung ist, wertvolle Lebenszeit ins Lesen und Kommentieren von Rorty zu investieren. Obwohl ich jetzt auch draußen sein könnte und Fußball spielen könnte, Schach spielen könnte, andere Philosophen lesen könnte oder einen kleinen Schrebergarten bewirtschaften könnte oder in eine politische Partei gehen könnte. Ich könnte tausend Dinge mit meiner Zeit anfangen und stattdessen lese ich hier Rorty aus völliger privater Willkür oder ich, wie ich behaupten möchte, aus einem hochproblematischen persönlichen Trauma heraus. Über das ich nicht Herr bin, sondern das Herr über mich ist und ich bin dennoch glücklich und zufrieden damit. Zurück zum Text von Rorty. Moralphilosophen, die Kant die Treue halten, werden wahrscheinlich glauben, dass durch die Ersetzung eine Menge verloren ginge. Von Kantianer wird typischerweise behauptet, Gerechtigkeit entspringe der Vernunft und Loyalität dem Gefühl. Nichts anderes hätte auch Platon behauptet, der diese Unterscheidung überhaupt erfunden hat. Also die psychologisch hochproblematisch ist mit dem, was wir heute über die menschliche Psyche wissen. Können wir keine orthodoxen Platoniker und Kantianer mehr sein? Können wir nicht. Also da müssten wir heutige wissenschaftliche Erkenntnisse wirklich ausblenden. Du kannst nicht beides haben, weil beides nicht wirklich, wie Rorty sagen würde, kommensurabel sind. Du kannst nicht sehr intensiv dich mit Platon und Kant befassen und gleichzeitig psychologisch über den Stand der Forschung aufgeklärt sein. Da sprengst du dir wirklich deinen Schädel, wenn du beides gleichzeitig haben willst. Möchte ich behaupten. Du musst dich entscheiden, was du für die wertvolleren Gedanken, wertvolleren Worte, wertvolleren Konzepte, wertvolleren Einsichten herst. Platon und Kant auf der einen Seite oder die modernen Erkenntnisse der modernen wissenschaftlichen Psychologie auf der anderen Seite. Du kannst nicht beides haben, weil die Grundvoraussetzungen der platonisch-kantianischen Psychologie alle aus meiner Sicht falsifiziert worden sind von der modernen wissenschaftlichen Psychologie. Also wenn du verstehst, was die moderne wissenschaftliche Psychologie sagt über den Menschen, kannst du über Platon und Kant nur noch die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sich fragen, wie falsch kann man liegen über den Menschen? Wie falsch kann Anthropologie sein? Also ich halte die platonisch-kantianische Anthropologie für falsifiziert durch moderne Wissenschaft. Das ist meine Ansicht. Als Laie auf beiden Gebieten, muss man sagen. Ich bin ja kein professioneller Philosoph mehr oder war vielleicht auch nie einer. Und ich bin auch kein wissenschaftlicher Psychologe. Aber als Laie habe ich mich mit beidem nicht ganz unintensiv befasst und komme zu diesem Schluss, dass beides nicht gleichzeitig zu haben ist, dass beides nicht kommensurabel ist. Zurück zu Rorty. Also orthodoxe Kantianer sagen, nur die Vernunft könne allgemeine und unbedingte moralische Verpflichtungen durchsetzen und unsere Pflicht zur Gerechtigkeit sei genau von dieser Art. Sei von genau dieser Art. Sie stehe auf einer anderen Ebene als jene emotionalen Bindungen, die Loyalität hervorbringen. Also kurz gesagt, Loyalität ist philosophisch irrelevant, Gerechtigkeit nicht, würden Kant und Platon sagen. Aus Voraussetzungen, die aus heutiger Sicht hochproblematisch sind. Unter den heutigen Philosophen, die auf dieser kantianischen betrachtungsweise bestehen, ist Jürgen Habermas der bekannteste. Also Habermas ist der letzte oder populärste orthodoxe Kantianer. Was ist nur aus der Frankfurter Schule geworden? Er ist unter allen Theoretikern am wenigsten dazu bereit, die Grenze zwischen Vernunft und Gefühl oder die Grenze zwischen Allgemeingültigkeit und historischem Konsens zu verwischen. Nicht so sicher sind sich da einige zeitgenössische Philosophinnen und Philosophen, die von Kant abweichen und in die Richtung von Hume tendieren, wie zum Beispiel Annette Bayer, in die Richtung von Hegel, wie Charles Taylor oder in die Richtung von Aristoteles, wie Alistair McIntyre. Übrigens, ich halte von allen drei Philosophen nicht sonderlich viel. Es gibt ja Texte von mir, also wo ich wirklich übelst über Charles Taylor polemisiere, hat keinerlei Sympathie bei mir. Nach mehrfachen Versuchen, in seine Texte reinzukommen, nicht nur einem, nicht nur einmal in meinem Leben, immer wieder einmal habe ich Anläufe genommen, weil also Leute, die ich schätze, viel von Charles Taylor halten. Dachte ich, muss ich den auch irgendwie gut finden und ich habe es nicht geschafft. Alistair McIntyre finde ich total langweilig und uninteressant. Die einzige Autorin, die ich so ein bisschen interessant finde, ist Annette Bayer, aber auch dort habe ich nämlich sehr viel investiert. Und das meiste, was ich weiß über Annette Bayer, weiß ich über Rorty, der eben auch von ihr relativ viel hielt. Insgesamt kann man aber sagen, halte ich von keinem dieser Philosophen, die Rorty hier aufzählt, sonderlich viel oder halte sie für sonderlich viel, wie soll man sagen, Lebenszeit wert. Zumindest nicht in meinem sehr begrenzten Leben. Jetzt kommt er zu dem Autor, der für diesen Text oder diesen Vortrag, den er hält, am wichtigsten ist. Und das ist die Opposition, mit der er jetzt im Folgenden operieren wird. Später kommt dann noch Rawls hinzu, aber die Opposition, mit der er arbeitet, ist Walzer versus Habermas. Ich weiß nicht, ob ich den hier richtig ausspreche, aber ich spreche ihn jetzt im Folgenden konsequent, vielleicht auch falsch aussprechen, Michael Walzer. Michael Walzer vertritt einen Habermas völlig entgegengesetzten Standpunkt. Vor Ausdrücken wie Vernunft und allgemeine moralische Verpflichtung ist Walzer auf der Hut. Im Kern seines Buches Thick and Thin, also dick und dünn, im Deutschen, steht die These, dass wir die von Kant als zentral aufgefasste Anschauung zurückweisen sollten, nämlich die Anschauung, dass, Zitat, Männer und Frauen überall von einer gemeinsamen Idee oder einem gemeinsamen Prinzip beziehungsweise von einem gemeinsamen Ideen und Prinzipienmenge ausgehen, die sie so dann in unterschiedlicher Form ausgestalten. Walzer meint, dieses Bild, wonach die Moral dünn anfängt und mit zunehmendem Alter dicker wird, sollte umgekehrt werden. Er schreibt, das ist jetzt ein Walzer-Zitat von Rorty, Moral ist von Anfang an dick. Sie ist in die Kultur integriert, volltönend und zeigt sich nur bei besonderen Gelegenheiten, wenn die Sprache der Moral zu speziellen Zwecken gebraucht wird, in dünner Gestalt. Also Moral ist nur ausnahmsweise dünn, in der Regel ist sie dick. Das neo-jumianische, also von Hume abgeleitete, Bild der Moral, das Annette Bayer in ihrem Buch Moral Prejudices skizziert, wird von Walzers Umkehrung zwar nicht impliziert, aber doch nahegelegt. Also er sagt hier, obwohl Bayer und Walzer nicht irgendwie unmittelbar aufeinander Bezug nehmen, sind ihre Gedanken prinzipiell sehr ähnlich oder sehr gut in Deckung zu bringen. Also sozusagen, die haben da einen gemeinsamen Punkt. Nach Bayers Darstellung beginnt die Moral, wie ich heute Morgen ausgeführt habe, also in einem anderen Vortrag. Also hier bezieht er sich eben auf, ich glaube, Ethik ohne allgemeine Pflichten. Ja, genau. Und den ich auch noch besprechen werde, wahrscheinlich, aber nicht sicher. Besprechen werde. Also kommt noch vielleicht oder ihr müsst euch das Buch selber kaufen, wenn euch das wirklich interessiert und selber lesen. Also zurück zum Text. Nach Bayers Darstellung beginnt die Moral nicht als Pflicht, sondern als eine Beziehung des wechselseitigen Vertrauens in einer eng verbundenen Gruppe, etwa einer Familie oder einer Sippe. Wer sich moralisch verhält, tut, was ihm beim Umgang mit Eltern und Kindern und Sippengenossen oder Freunden oder Kollegen natürlich vorkommt. Es läuft darauf hinaus, dass man das Vertrauen, das die anderen einem entgegenbringen, respektiert. Die Pflicht im Gegensatz zum Vertrauen kommt erst dann ins Bild, wenn es zwischen der Loyalität gegenüber einer kleineren Gruppe und der Loyalität gegenüber einer größeren Gruppe zum Konflikt kommt. Und so reframed Rorty das Problem der Gerechtigkeit, wie er es bei Kant, bei Platon und eben auch bei Habermas zu finden glaubt. Er sagt einfach, also über diese Probleme reden wir erst dann, wenn es zu den Konflikten kommt. Solange es diese Konflikte Loyalität gegenüber einer kleineren Gruppe versus Loyalität gegenüber einer größeren Gruppe nicht gibt, haben wir überhaupt keine moralischen Probleme, sondern verhalten wir uns halt einfach im Groupthink oder gruppendynamisch gemäß der Logik der Gruppe, in die wir hauptsächlich eingelagert sind und gegenüber der wir hauptsächlich loyal sind, zum Beispiel unserer Firma, unserer Familie oder irgendeiner anderen Gruppe, in die wir in die Regel hineingeboren wurden. Ja, auch in Firmen wird man auf ganz merkwürdige Weise hineingeboren. Das wissen nur die wenigsten. So, aber das alles nur am Rande. Hier mache ich einen Punkt, ganz willkürlich. Und ja, wenn euch das interessiert, also sozusagen, wie kann man moralische Probleme anders denken, rortianisch, dann seid ihr herzlich willkommen in den weiteren Videos. Wenn euch das ankast, wäre mein Rat, fangt was anderes, wertvolleres, nützlicheres, lustvolleres mit eurer wertvollen Lebenszeit an. Vielleicht noch kleine Anmerkungen, gerade zu dem letzten, was er meint, also sozusagen würde ich, ich würde die gleichen Dinge, glaube ich, auch beschreiben, aber auch die schon mit ganz anderen Worten. Ich wäre hier etwas naturaler, glaube ich, unterwegs, im Sinne von es ist, wie es ist. Also schon, schon Pflichten hätte ich da, ich würde eher nüchtern, glaube ich, beschreiben wollen, was so Gruppendynamik angeht oder Sozialdynamiken, die beobachtbar regelhaft zwischen uns Menschen der Fall sind. Also ich wäre hier, würde ich, glaube ich, an dem Punkt sagen, einfach altgriechischer. Und zwar nicht altgriechischer im Sinne von Plato und Aristoteles, sondern altgriechischer im Sinne von den Leuten, die vorher gelebt haben. Altgriechischer wirklich im Sinne von Leuten wie Solon, Kleisternis und vielleicht noch Thucydides. Ja, so. Leute, die sich auch mit solchen Problemen befasst haben, aber keine Philosophen waren, aus guten Gründen keine Philosophen waren und auch keine Philosophen geworden sind, die finde ich interessanter in ihrer Beschäftigung mit Gruppendynamik und Sozialdynamiken. jo. Und insofern würde ich hier schon stark von Rottis Beschreibungen abweichen wollen. Ich würde erst mal beschreiben wollen, was ist regelhaft der Fall zwischen uns Menschen? Welche Dynamiken entstehen zwischen uns von ganz allein? Ohne unser Zutun im Grunde, oft auch an unserem Willen vorbei, oft unbewusst, oft unwillkürlich. Welche Dynamiken sozusagen entfalten sich zwischen uns, aus uns heraus? Das finde ich sehr interessant und halte ich für die Basis von produktiven Gedanken über das Politische und das Demokratische. So möchte ich das nennen. So, das nur am Rande. Also mein Grundzugang wäre ein anderer als Rorti nichts, desto weniger befasse ich mich mit Rorti, weil er mir so schöne Steilvorlagen gibt, wo ich so wunderbar leicht widersprechen kann. Also es ist sozusagen sehr lustvoll und angenehm für mich, weil es Rorti mir so leicht macht, ja, zu widersprechen. Ja, sozusagen. Ich schätze Rorti für in der Negation, also für seine Irrtümer. So kann man sagen. Es ist also nicht sehr anders als zum Beispiel meine kleine, bisschen zum Erliegen kommende Reihe Machiavellis Irrtümer. Irgendwann mache ich damit weiter. Das mache ich ja tendenziell auf dem anderen Kanal, auf Patreon. Wer das haben will, also da lese ich die Diskursi und kommentiere sie. Übrigens ist Machiavelli teilweise im Widerspruch produktiver als Rorti, aber das nur am Rande. Und ohne, dass mir Machiavelli sympathischer wäre als Rorti. Also rein von der Sympathie her halte ich es mehr mit Rorti als mit Machiavelli, aber vom, vom, sozusagen Funkenschlagen von der Produktivität für mich ist Machiavelli der produktivere Autor. Also Machiavelli zu negieren bringt mir mehr als Rorti zu negieren und dennoch lese ich Rorti. Warum auch immer. Ich bin ein Verrückter. Ceterum censio, Isonomia am esse sortienda. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss.